Hallo zusammen, hier ist wieder euch Jala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar heute will ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir uns nur als Koreaner spielen können. Und zwar um das Covenant Mount hier in Cortia, was wir von einem Rare bekommen. Wir fangen an hier mit einem Koreaner Covenant Char auf den Koordinaten 56, 32. Und hier direkt neben dieser Feuerstelle steht ein Mob, der schimpft sich Popoe. Und den können wir anquatschen, wenn wir den Koreaner sind. Der kommt alle paar Minuten, ich würde mal sagen, um die 20 Minuten würde ich jetzt mal schätzen, dass der Respawn Zeit hat. Und den muss man dann hier den Weg runter begleiten. Der läuft dann hier einmal zu den anderen Koreanern hin. In das Lager spawnen dann immer mal wieder Mobs zwischenrein. Dann rennt er hier hoch in das nächste Lager. Und ganz am Ende, vorhin hat ihn schon jemand angequatscht, spawnt dann hier der Rare, den wir umhauen müssen. Also sprich, wir tun diesen kleinen Typen die ganze Zeit hier mit begleiten, hauen immer wieder Mobs um. Das dauert so 2-3 Minuten. Und dann können wir quasi hier den Rare umhauen. So, und der Rare an sich, der kann jetzt ein Item droppen, das wiederum eine Quest startet. Und diese Quest bringt uns das Mount. Wir haben nämlich einmal hier intakter Aquilion Kern, schimpft er sich so rum, dass wir es nur rausbringen. Und dieser intakte Aquilion Kern, der ist von dem Mob hier. Den habe ich vor ein paar Tagen mal bekommen gehabt. Und dieser Kern startet eine Quest. Und wenn wir diese Quest abgeben, dann bekommen wir das Mount. Und zwar schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Wir können uns auch die Aquilion-Dinger mal angucken. Äh, Aquilion, da sind wir jetzt hier. Und zwar gibt es hier insgesamt 4 Stück. Die hatte ich euch ja schon gezeigt im Überblicks-Video zu den ganzen Covenant-Mounts aus 9.1. Und den ersten kriegen wir ja bei Ruhmstufe 45. Den zweiten hier bekommen wir über den Kern, den wir jetzt hier haben. Dann den dritten bekommen wir, wenn wir Ruhmstufe 70 haben und 7500 Anima ausgeben. Und den letzten kriegen wir bei Dead Advanced ehrfürchtig plus 1000 Stiegia. Und wir müssen noch ein Meta-Achievement kriegen. Und zwar hier in der Offensive schimpft sich das. Gut, das gucken wir uns dann aber an, wenn es soweit ist. So, wir haben jetzt den Typen umgehauen. Wie gesagt, Pip Popoe hier anquatschen auf 56, 32. Und dann quasi hier runter am Weg laufen und den Rare killen, sobald man ihn fertig begleitet hat. Die Drop-Chance kann ich euch leider nicht sagen, weil es da noch keine genauen Daten gibt. Ich schätze mal irgendwas zwischen 1 und 10 Prozent wird das haben. Das können übrigens nur Koreaner looten. Also anquatschen und die Quest können nur Koreaner looten. Mit auf den Rare kann jeder draufhauen. Sobald wir dann die Quest haben, seht ihr, müssen wir hier in das Lager rein und das bei dem Koreaner-Typen hier hinten abgeben. Und dann müssten wir, oh, da muss ich andersrum laufen, müssten wir für die Quest direkt unser Mount bekommen. Das machen wir jetzt mal. Quest abgegeben. Und da ist es aufgeploppt. Und jetzt haben wir den zweiten Aquilon. Und zwar Aquilon der Verschmeten schimpft sich der. Das lernen wir mal und schauen uns das schicke Mount an. Aquilon der Verschmeten. Und da haben wir es dann. Das ist übrigens eine relativ coole Version. Das ist diese dunkel-schwarz, bisschen mit lila-Touch gehaltene. Und das kann natürlich auch fliegen. Hier in Corfair geht das leider nicht, weil man hier nicht fliegen kann. Aber sonst ist es auf jeden Fall auch ein Flug-Mount. Und ja, ist ein schickes Viech. Sagen wir es mal so. Mount-Animation ist auch ganz nett. Gut, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Sobald ich mit den anderen Covenants-Mounts weiter bin, wird es da auch noch Videos geben. Zu Necrolord und zum Nightfield-Mount hatte ich ja schon ein Video gemacht, die es ja auch jeweils von einem Rare zu bekommen gibt. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.